Ich hoffe es nimmt auf, weil ich sehe es wieder nicht. Olaf, du knabberst den Fingernägel. Schwamm in einer Unterwasserstadt. Oh, komm, warum zuckelt das so? Jack. Steuerung. Ayana. Das zuckelt so komisch. Malatus, hallo. Lagern habe ich noch nicht getroffen, nein. Also, hat so. Boah, Gott, diese Bananenmate. Die gärt in meinem Magen wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach. Temperatur beschützt. Good evening, sir. Wir waren supposed on yet return so soon. Never mind that. Where the hell is Robert? The brother's been leading the children in prayer with mother. We don't have time for this religious nonsense. There are troops packing the streets. And the order's been completely overrun. It won't be too long before they find out about this place. I've made certain the temple's well protected. There's plenty of man patrol in the main hallway in prison. Good. The barrier has got to hold. Keep on your guard. Check the entrance from the reef. I'm going to the lab. I'd better keep my head down. I've got a much better chance of survival if they don't know I'm here. First get stabbed, hallo. Whoa, whoa, whoa. Ich darf nicht schießen. Ich würde aber schießen. Ähm, Wolfsfote, hallo. Und Ocean Spree, moinsinn. Oh, Sanimi. Da könnten sie echt mal einen dritten Teil bringen von Zaw, finde ich, ja. Oh, ich hab nicht getroffen. Oh, ich hab nicht getroffen. Oh, oh. Die Vera ist mal wieder Ei. Meine liebe Vera, wie geht's dir denn? Sag mal, schon ewig nichts mehr, wie die gehört. Alles gut? Ähm, nee, Zaw wurde leider gecancelt. Der dritte, guck mal, soweit ich gehört hab. Also, die hatten's mal angekündigt. Ist aber schon ein bisschen her. Das war 2013, 14. Dann haben sie's leider dann gecancelt, weil... Keine Ahnung. Ja, es kommt schon wieder ein neuer Sawfilm, Manticore. Ja, ja. Stimmt, ich kann hier gar nicht quicksaven. Ich kann hier die ganze Zeit quicksaven. Die Noah lives forever. Oh. Was ist denn hier los? Hm, komischer Horror ist beste. Ja, kennt ihr die Gänzkirchen hier? Bad taste. Jack. Wie was haben wir das Buch? Wie ist denn bei Daylight, hallo? Und uttering an ancient Chant. Okay. Ja, der neue Film. Ich weiß nicht, der Saw. Wir haben die Vorschau im Kino gesehen, als wir in, äh, Enderball 2 waren. Welcome. Franz Mann, danke schön. Nee, Franz Mann. Franz Mann. Danke für dein Sub, mein Lieber. Willkommen. Äh, es ist halt nicht mehr so Saw-mäßig, es ist nicht mehr so eklig. Es sieht irgendwie so ein bisschen durchgestylt aus und ich find's irgendwie kacke. Nee, ich glaub, das ist wieder von einem neuen Voice-Foto. Die sind noch nicht alle vom selben, ich glaube. Ähm. Die ersten beiden waren von... Weißt du, die ganze Zeit hat er Psychosen... Auf ne intimere Art wird er sich mit mir, okay. Wie sassy der Charakter ist, Diggy. Auf einmal, ja, der hat voll Schiss die ganze Zeit und dann... Weißt er solche Sprüche, also... Äh? Warum? Hallo, Chrissy. Diggy, du kannst kein Mittelhochdeutsch. Jetzt hat er wieder richtig Bammeldeutsch, ist er wieder richtig am Ausflippen. Immer frech sein, ja. It's just an old Chissel. Chissel? Chissel in the Dizzle? Chissel, man! It won't open. There seems to be a sewage tunnel running below the Grading. Dose. Ja, ich kann's aufstemmen. Ich hab die Maus auf 1 gestellt und das ist schneller als vorher. Das ist irgendwie... Wie soll man die Watte aus dem Mund nehmen, sagt er mir? Ja gut, ich mein, im Prinzip sind's ja halbe Fische. Die haben ja schon Kiemen und alles. Die sind gar nicht mehr dafür gemacht. So ziemlich an der Luft. Wir haben Beute gemacht. Müssen Sie etwa dabei. Mal weiter, so ist gleich See. Dankeschön. Danke, meine Liebe. War wieder ne Spende. Dankeschön. Und jetzt. Ich geh raus... Ich kann hier einfach rausklettern. Uh! Ey! Ey! Au! Nicht schießen! Ich kann hier nicht mehr rausklettern, übrigens. Okay, ich glaub, das wird nix. Ich darf mich eigentlich hier nicht erwischen lassen, oder? Man muss... Man muss... ...eigentlich das alles hier... ...verstohlen schaffen. It's just an old Chisel. Chisel. Hallo, Rotsch. Grüß dich. Wie sieht echt sexy aus, Tiger? Also so lange wird's nicht mehr dauern, Wolfsfurter. Aber es kommt... Es passiert noch einiges. Bis zum Beispiel. Das ist es. Hey! Okay. Okay. So, Amphi. Ich komme jetzt hier echt nicht mehr raus, ne? Okay, die Zeit ist nicht mehr abgeschlossen. Ich höre die rumlaufen. Oder? Ich höre da nicht so viel. Oh, da vorne steht er. Das war, das kann ich jetzt vergessen schon wieder. Ich glaube nicht, wenn man hier erwischt wird, dann war es das. Das ist recht scheiße. Was? Rauf oder verzehrende Großvieheinheit? Sehr gut. Oh nein, da steht er. Patrouilliert ihr nicht? Ja. Bitte nicht umdrehen. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Das ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Das ist kaputt. Und das ist kaputt. Oh nein. What the f... Ich stehe da nicht an jeder Ecke, ne? Hi Hellboy! Hallo Ariks! Das ist kacke. Oh nein! Was ist das? Jetzt kann ich da unten speichern oder was? Soll ich speichern? Die habe ich doch schon gefunden jetzt. Oh ja, er kriegt wieder Schlieren. Er kriegt wieder Schlieren. Kerle. Ah. Er ist nicht da. Muss dir reichen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht durch die Tür hinterher. Ist er nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Hallo Tess, grüß ich. Gott. Schleicht das aber so elendig langsam, ne? Ich glaube, da hatte mal der Tommy Gun das Schwein. Okay. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt Ruhe erstmal. In der Fische. Ich habe da unten unten. Oh nein. Ich habe ihn irgendwo mitgekommen. Gleich. Gleich, gleich, gleich. Hahahaha. Langsamer geht es echt nicht, guck mal. Vielleicht... Oh nein, da ist auch noch einer. Oh nein. Metal Gear Solid 5 Tests habe ich ja gar nicht durchgespielt. So geil. Da Twitch Talker. Auch mal wieder da. Moin. Und der Alex. Hallo. Sag mal. Alles Leute, die... Also gut, Alex ist jetzt nicht. Aber Leute, die schon ewig nicht mehr da waren teilweise hier. Was ist los? Gibt es keine Alternativen mehr? Nein, ich freue mich, dass ihr da seid mal wieder. Dass man hier kein Quicksafe machen kann, das ist die größte Qual. Daumenau schleichen echt mal, du. Hallo? Hallo? Maladus? Ja. Ist ein Horrorspiel, würde ich mal so behaupten, ja. Psycho-Horror. Das ist eine Frau. Es ist lockt. Hm. Sieht aus wie einiges Laborator. Was? Guck mal, die Geschichte vom Trunkenball kam aus den 30ern. Der Trunkenball hat in einem Slack aus den 1800 gesprochen. Das war schon anspruchsvoll mit 18. Oh nein, nicht alles schrecklich ist, ich brauche den Schlüssel, ne? Ne, da geht es ja nur zurück. Ich muss ja nicht zurück. Was ist da hoch? Hier. Oder? Auf jeden Fall nicht zurück, wo ich herkam. Warum? Sorry, guck mal. Erklär es mir. Wow. Alle coolen Streamer sind nicht online, deswegen schaue ich bei dir. Danke. Das ist nett. Ach, das ist ja nett. Ich will gerade sagen, nochmal für Blöde, bitte. Komm mal. Oh Gott. Ska, danke schön. Danke für dein Sub. Also ich lebe von dir. Ach, Kacke, da geht es ja runter. Ich will aber nicht runter. Ja. Meine BFFs da unten. Beste Fisch. Sag ich jetzt nicht. Ja, alle. Was? Ich sehe immer der Stadt, eine Person, die ist ja von Statur und allem so ähnlich. Okay. Wenn der nichts dagegen hat, macht das doch gerne mal. Fokus ist in den Lurk-Modus. Ach so, gut. Ach, Mann. Der steht jetzt hier rum, ne? Bö. Wo ist der hin? Hier war doch eben einer. Bin ich bescheuert? Bin ich blöd? Der ist verschwunden. Der Fischmann. Das gibt's doch nicht. Hier stand doch einer rum. Muss Hallos haben. No. Wo ist das? Das ist die Geschichte, auf dem das Spiel basiert kommt, aus den 30ern, als ich 18 war. Hab ich die gelesen auf Englisch. Hast du? Steht da. Steht jetzt die ganze Zeit nur da rum? Da läuft der irgendwann nochmal wohin. Scheiße, ich kann da nicht hochlaufen. Der tötet mich. Was ist da rein? Ah. Hier gucken, Mann. Wenn ich irgendwas zum Werfen hätte oder so, dann würde ich mal... ...ein Juriken ins Gesicht oder sowas, weißt du? Ein Meer, oder ne? Die haben's nicht gemerkt, seid ihr scheiße. Okay, ich hab gedacht, hier überschritte. Ihr seid so scheiße. Ich übersteuere total. Anzeige. Mama? Der kommt hierher, ne? Ich muss mich schon irgendwo verstecken. Da. Oh Gott. Oh. Ich hab keine Nerven für sowas. Da steht noch einer. Das hier ist übrigens Stealth, Leute. Ich meine... Ihr habt nichts. Ihr könnt euch nicht mal wehren. Also Leute betäuben oder... ...so. Und man hat keinen Speicherpunkt hier oben. Oh. Oh. Wo der eine jetzt hin ist. Oh nein. Wo kam der jetzt her bitte? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch im Chat geguckt. Okay der läuft hier oben lang. Der oben muss weg. Oh Leute. Kinder, Kinder, Kinder. Hier wollen wir die übermenschlichen Fischwesen mit bloßen Händen töten. Das geht nicht. Das ist es ja. Oh läuft der jetzt gerade zurück? Ja natürlich läuft der jetzt zurück. Die haben auch keine richtige, oder? Haben die eine Patrouillenroute? Oder laufen wie die gerade Bock haben? Stattig springt er gleich da runter und macht dabei ein Putzelbaum. Richtig das Genick. Jetzt hin. Die sehen mich jetzt. Death Metal Storm. Nein. 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 Warum? Ich stopp nicht. Lass mich. Oh nein. Oh nein. Alles in Zeitlupe. Da renn schnell Jack. Nein. 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 Ich mach Bunny Hops hier. Lass mich. Ich mach einer hin. Ah. Oh. 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 Lass mich. Ja. Oh. 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 ich weiß warum sie so reden aber warum redet ihr so scheiße läuft ne das war die drunken man technik ja das drunken bunny war das ja ich bin gleich da wo ich hin will ja da gibt es richtig ärger ihr schweine rechte ich mich nämlich mal ein bisschen verwirrend hier aber ich muss immer da runter erste hilfe ich bin gar nicht verletzt warum ich wie ein minion spreche war die fischsprache darf zahlen hallo übrigens habe ich bitte richtig ich weiß es nicht genau aber hier gibt es nicht so viele wege noch mal speichern oder wird das ist aber ein bisschen zu großzügig minions gleich tiefe wesen nicht ganz nicht ganz oh gott das sollte ich jetzt vielleicht nicht runtergehen warte geht es doch weiter rauf er hat nicht wir nennen es in lovecraft für abartigkeit ja bestimmt die kann das kann doch jemand erfunden haben der richtig krasse horror geschichte im kopf hat hatte ich schon wieder seesterne ja genau knut mich there's too many of them aaaah hör mal auf ich immer an jumpen hier anwollten ne also hier ist falsch irgendwo 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 muss es rauf gehen das weiß ich noch das ist schon ein bisschen her okay das ist richtig mal rauf 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 Patrick will mit mir spielen ja mister mister misterio so dankeschön willkommen mysteriöser mister und danke für den sub na gut also auch wieder nicht jetzt ich springe auf eine ebene die quasi genau wert auf horizontaler höhe ist und du verletzt dich wieder oder was ich springe mit den knien er will immer so auf den knien landen und dann hat er wieder offene brüche an den ja jetzt nicht aber ich jetzt hier weiter rauf hier vielleicht doch ach jetzt weißt du dass ich ganz oben das finde was ich möchte glaube ich munition da muss ich hin ich glaube ich dahin weißt du dass hier der luftschacht aber sie später hin ich bin das ist die der Die Siders of Napoli werden durch die Barriere geschehen. Möter Song ist bolden. Es gibt viele Dweiningen Träger. Excellent. Dismissed. What the hell do you think you're doing, Robert?! We're in the middle of an invasion, and you've got Aurora singing hymns?! You're a fool, Sebastian. I command the Order of Dagon, not you. The research must be protected at all costs! I've shut the lab down, Sebastian. What?! This is madness! Can't you see how far Est has come?! Your trivial experiments are of no concern to me. All energies must be directed at completing the translation of the tablets. The work of my great-grandfather must be finished. Take your worthless body back to shore. You are of no further use to the order. That's not gonna happen, Robert! Robert! Run! Robby und Basti vertragen sich nicht. Ne, Werra. Oh, kacke!